Ab dem 29. November ist die Ausstellung Hans Brass Retrospektive im Kunstmuseum Ahns-Hob zu sehen. Die neue Sonderausstellung zeigt einen spannenden Einblick in die inneren Konflikte des Künstlers. Der Berliner Maler und Grafiker kämpfte zeitlebens um Anerkennung seines unverwechselbaren Werks. Viele Jahre seines Lebens hat er zwischen Bodden und Ostsee verbracht. Einige Jahre war er sogar Bürgermeister in Ahns-Hob. Das Kunstmuseum zeigt in der Ausstellung rund 80 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken des Künstlers. Er gilt als Vertreter einer vergessenen Moderne. Bis 15. März ist die Sonderausstellung täglich, außer montags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Am 30. November findet um 14 Uhr eine Sonderführung mit dem ältesten Enkel und Biografen des Künstlers statt. Peter Kreft ist ein Räderer und ein Kapitän aus Mecklenburg gewesen, der einen Taucheranzug mitentwickelt hat. Der Taucheranzug wurde nicht von heute auf morgen erfunden und entwickelt und Peter Kreft hatte einen ganz besonderen Anteil daran. Peter Kreft hat diesen Taucheranzug entwickelt, diesen Taucherhelm. Die Besonderheit daran war, dass er diesem Helm eine Luftzufuhr und eine Luftabfuhr beifügte und ein Sprachrohr. Der Helm besitzt ein Sprachrohr, womit man Kontakt zur Wasseroberfläche aufnehmen konnte und aufgrund der Luftabfuhr und Luftzufuhr konnte man diesen Taucherhelm auch wasserdicht verschließen. Der Taucherhelm besteht aus Kupfer, überwiegend aus Kupfer und der Taucheranzug besteht aus Leder. Dieser Taucheranzug wurde 1800 von Peter Kreft auch selbstständig vorgeführt und er tauchte damit auf dem Baterbotten, auf dem Meeresgrund. Er hat zudem nicht nur einfach so einen Tauchgang vollzogen, sondern er hat auch noch aus den Tiefen zwei Kupferplatten von einem mittelalterlichen Schiff geborgen. Die Sauerstoffzufuhr und Abfuhr, die Schläuche dazu, gehen hoch an die Wasseroberfläche. Dort schwimmt ein Boot mit einer Besatzung und die pumpen Luft, frische Luft in den Taucheranzug. Und die Abluft wird dann sozusagen mit einem Blasebalken herausgesogen, damit eine Luftzufuhr, ein frischer Luftstrom in den Taucheranzug oder in den Taucherhelm strömt. Das war zu der damaligen Zeit sehr, sehr wichtig und eine wichtige Errungenschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017